Was ist die Wartezeit? Das, was du preisgeben magst, kannst du gerne preisgeben. Das, was du für dich behalten möchtest, das behältst du auch einfach für dich. Ja, wie geht das? Es ist ganz einfach. Du klickst hier oben auf diese beiden Sprechblasen. Das ist das Diskussionsforum. Und sobald du draufgeklickt hast, kommst du auf diese Seite. Da gibt es hier einen Knopf Neues Thema hinzufügen. Und sobald du da drauf klickst, hast du die Möglichkeit, hier mit einem kleinen Betreff und dann einer Mitteilung hier einfach mal eben einzutragen. Wer bist du? Und wo kommst du her? Warum nimmst du teil? All die Fragen, die man vielleicht kurz einmal sagen kann, damit alle einen Überblick bekommen. Ja, das ist die große Bitte an dich. Und das ist interessant für alle, denke ich. Und von daher, trag dich mal ein. Und dann geht es auch schon bald weiter im Kurs mit dem nächsten Kapitel. Viel Spaß im Volleyball Trainer Moog. Vielen Dank.